Hallo, ich bin Oliver und zusammen mit einigen anderen Leuten habe ich mich mit dem Thema Arbeitsblätter und interaktive Übungen beschäftigt. Und wir haben mal geschaut, was gibt es denn da so in der OER-Welt. Und wir sind darauf gestoßen, dass speziell der Aspekt Software ganz wichtig ist, denn man kann ja zum Beispiel ein Arbeitsblatt mit einer reinen Textverarbeitung erstellen, aber es wird irgendwann doch umständig und es macht keinen Spaß mehr. Und deshalb haben wir uns wirklich mal gestürzt auf die Software und uns die angeschaut. Arbeitsblätter und interaktive Übungen kann man sich ja jetzt erstmal vorstellen als so ein Bündel von einzelnen, ich nenne es mal Medienkomponenten, seien es Texte, seien es Bilder oder seien es Videos. Und da muss man gar nicht so viel Besonderes beachten, da gilt erstmal das, was für Videos und für Audios und für Bilder eben auch gilt. Es kommen aber so ein paar Sachen dazu. Bei den interaktiven Übungen ist das zum Beispiel das Thema Barrierefreiheit, das man berücksichtigen muss, damit Leute nicht ausgegrenzt werden, die beeinträchtigt sind. Da hilft zum Beispiel H5P und wenn man viele Sachen kombinieren will, was bei Arbeitsblättern ja häufig der Fall ist, dann muss man irgendwann anfangen mit den Metadaten so ein bisschen zu arbeiten und die zu handeln und da unterstützt halt die Software. Speziell bei Arbeitsblättern und interaktiven Übungen ist es ja häufig so, dass man Sachen miteinander kombiniert. Also sei es ein Bild aus der einen Quelle und ein Text aus der anderen Quelle und daraus was Neues macht. Und da muss man natürlich ein bisschen aufpassen, wenn die Lizenzen unterschiedlich sind, und die Software wie TrueTree zum Beispiel kann einfach dabei helfen, dass man keine Fehler macht. Denn wenn man zwei Lizenzen kombiniert, die eigentlich gar nicht zusammenpassen, rechtlich gesehen, dann gibt es einfach einen Warnhinweis und man läuft da einfach gar nicht in die Falle. Und darum kann Software eben durchaus sinnvoll sein bei der Lizenzierung und auch Hilfestellung leisten. Viel mehr Details, als ich hier unterbringen konnte, findet ihr natürlich in unserem Beitrag zu den Goldstandards, zu den interaktiven Übungen und Arbeitsblättern bei OER-Info. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.